Uhr einstellen bei Nissan Micra. So funktioniert es. Als erstes betätigt man den Knopf Setting. Dann geht man mit dem Rädchen auf den Punkt Uhr. Bestätigen. Bestätigen. Und nun kann die Uhr eine Stunde zurückgestellt werden. Zweimal bestätigen. Und zweimal zurück. Nun ist die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Bis zum nächsten Mal.